Grüezi, hier sind die Tübe. Sie fressen Ninte und trinken Bier. In der Schweiz trinken die keine Wisse. Manchmal schieße ich Minte mit Brieftüben im Rucksack. Dann können die anderen Brieftübe auch Minte fressen. Also, der Rucksack, tragen die Tübe. Dann, das ist eine Brieftübe. Dann, das ist eine Brieftübe.